Aufatmen für Dieselfahrer. So funktioniert Ihr Diesel-Joker. Sind Sie von dem aktuellen Dieselskandal bei Volkswagen oder Daimler betroffen? Fahren Sie ein Dieselfahrzeug der Marken Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat oder Porsche? Und haben Sie die Befürchtung, mit diesem Fahrzeug bald von Fahrverboten betroffen zu sein? Dann spielen Sie jetzt Ihren Diesel-Joker aus und machen Sie Ihr Recht zu Geld. Wie gehen Sie vor? Zunächst sollten Sie sich informieren, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist. Von den aktuellen Ermittlungen bei Volkswagen und Daimler sind die Motorreihen EA 189 im Volkswagen und OM 642 sowie OM 651 im Daimler-Konzern, die mit Abschalteinrichtungen versehen sein sollen, betroffen. Verbaut sind diese Motoren in diversen Dieselfahrzeugen der Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat und Porsche und in vielen Diesel-Modellen der Marke Daimler-Benz. Vom Polo bis zum Porsche Cayenne und von der A-Klasse bis zum Mercedes Sprinter sind diverse Fahrzeuge mit diesen Motoren ausgestattet. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Fahrzeug mit einem entsprechenden Motor ausgestattet ist? Melden Sie sich einfach unverbindlich über unsere Website und dieseljoker.de prüft für Sie. Welche Möglichkeiten bietet Ihr Diesel-Joker? Der Diesel-Joker bietet grundsätzlich eine Menge Möglichkeiten, die sich auf die individuelle Situation anpassen lassen. Die beiden häufigsten Möglichkeiten sind der Rücktritt vom Kaufvertrag oder die Geltendmachung von Schadensersatz. Beim Rücktritt vom Kaufvertrag verlangen wir, dass Sie Ihr betroffenes Fahrzeug an einen Hersteller oder Händler zurückgeben können. Sie erhalten dann Ihren Kaufpreis abzüglich des für die Nutzung des Autos anzusetzenden Betrages zurück. In der Regel liegen diese Abzüge so niedrig, dass Sie einen deutlich höheren Betrag erhalten, als Sie beim Verkauf Ihres Fahrzeugs erlösen könnten. Insbesondere, da der Verkauf eines betroffenen Diesels im Moment nicht unbedingt einfach ist. Bei der Variante Schadensersatz behalten Sie Ihr Fahrzeug und fordern nur den durch die Manipulation eingetretenen Wertverlust von Hersteller oder Händler. Welche Variante für Sie die bessere ist? Sprechen Sie uns an und unsere erfahrenen Anwälte prüfen unverbindlich die Varianten. Wie sieht es mit den Kosten aus? Auch bei den Kosten gibt es mehrere Möglichkeiten, unter denen Sie wählen können. Verfügen Sie zum Beispiel über eine Rechtsschutzversicherung, dann übernimmt diese in der Regel die Kosten für Sie. Auch Verkehrsrechtsschutzversicherungen können hier die Kosten übernehmen, da es sich im weitesten Sinne um einen Rechtsstreit aus dem Straßenverkehr handelt. Ohne Rechtsschutzversicherung besteht die Möglichkeit, ein Erfolgshonorar oder eine Finanzierung in Anspruch zu nehmen. Das heißt für Sie, wir machen Ihre Rechte ohne Kostenrisiko für Sie geltend. Allerdings geben Sie, wenn wir den Fall für Sie gewinnen, einen Teil dieses Gewinns an uns oder den Prozesskostenfinanzierer ab. Der Gewinn wird sozusagen geteilt. Sie wollen nicht teilen? Auch kein Problem. Durch die Vereinbarung eines für Sie kalkulierbaren Pauschalhonorars behalten Sie den kompletten Gewinn. Und als Bonus können wir, wenn Sie gewinnen, auch versuchen, einen Teil unserer Kosten vom Gegner erstattet zu bekommen. Unsicher, welches die beste Variante für Sie ist? Melden Sie sich jetzt bei uns und Dieseljoker.de prüft für Sie. Verlieren Sie keine Zeit. Nutzen Sie jetzt Ihren Dieseljoker, damit Sie auch als Dieselfahrer wieder aufatmen können. www.dieseljoker.de Ein Service von Karprechtsanwälte www.dieseljoker.de